Hallo zusammen, ich bin Sören Wüttrich, ich bin 17 Jahre alt und bin jetzt im ersten Lehrjahr hier bei der GriaBeto Lease als Betonwerker. Bei den Lehrern als Betonwerker ist es wichtig, dass man ein gutes Vorstellungsvermögen hat, also dass man sich vorstellen kann, wie man die Schallung, also die Form, die der Beton dann reinkommt, herstellen muss. Bei den Lehrern als Betonwerker musst du zudem gut im Team arbeiten können, musst du gut mit anderen Leuten umkommen können, weil wir arbeiten eigentlich fast immer im Zweite, also im Zweierteam oder Dreierteam manchmal.